Es ist der Mann, dem ich gefolgt bin. Ich habe hier keine anderen Boote gesehen. Ich werde eine andere Möglichkeit finden müssen, um auf die andere Seite zu kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Diese Kreatur hat die Tür nicht berührt. Sie hat sie wie durch Magie geöffnet. Also Magie. Immer wieder Magie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Tafel mit drei Steinknöpfen. Vielleicht ist es eine Art archaische, magische Tastatur. Es muss eine Kombination geben, um die Tür zu öffnen. Es muss eine Kombination geben. Ich denke, dass das ein Altar ist. Ich denke, dass das ein Altar ist. Eine Tafel mit drei Steinknöpfen. Vielleicht ist es eine Art archaische, magische Tastatur. Vielleicht ist es eine Art archaische, magische Tastatur. Eine Tafel mit drei Steinknöpfen. Eine Tafel mit drei Steinknöpfen. Vielleicht ist es eine Art archaische, magische Tastatur. Ich denke, dass das ein Altar ist. 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 Ja, das ist es. Die benötigte Kombination, um die Tür zu öffnen. Das sieht nicht wie eines jener Wesen aus, die hier unterwegs sind. Es muss verschiedene Spezies geben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube immer noch, dass ich dieses Wesen schon einmal gesehen habe. Aber wo? Könnte das der Vorfahr einer Spezies von Arcadia sein? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aus irgendeinem Grund glaube ich nicht, dass diese Symbole von den Wesen geschaffen wurden, die jetzt hier leben. Es sieht sehr alt und sehr solide aus. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich glaube immer noch, dass ich dieses Wesen schon einmal gesehen habe. Aber wo könnte das... Ich glaube immer noch, dass ich dieses Wesen schon einmal gesehen habe. Diese Wand sieht nicht sehr fest aus. Ich glaube immer noch, dass ich dieses Wesen schon einmal gesehen habe. Es sieht ein bisschen gruselig aus. Das Tor ist solide. Was immer es beschützt, es muss etwas sehr Wertvolles sein. Dort liegt diese geheime Tür. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hh-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Hh-h-h-h-h-h-h! Hh-h-h-h! Hh-h-h-h-h-h-h-h-h! Hh-h-h-h-h-h-h-h! Hh-h-h-h-h-h-h! Da ist ein leerer Schlitz im Zentrum des Tors. Vielleicht ist er für eine Art Schlüssel. Hh-h-h-h-h-h! Hh-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Hh-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Hh-h-h-h-h-h-h! Oh... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017